So, man sieht den gar nicht mehr... Ach ja, kann man doch so anbieten, oder? Wolltest du immer abwechselnd? Meinst du das? Wolltest du immer abwechselnd? Glowstone, äh, was ist das? Goldblock? Gold, hm. Na, hast du dich da vertan? Hab ich mich einmal vertan? Zwei Goldblöcke hintereinander. Okay, dann wechseln wir das gleich. Aber der sieht cool aus von hier oben, der Boden. Ja, ne. Woll. Schau, schau. Auch. So. Guck mal, was hältst du von so einem Muster? Oder meinst du, das wird zu schwierig? Das ist ein schönes Muster, aber sitzt jetzt nicht mittig, ne? Das müsstest du ein Stück nach links und nach... Du darfst im Chor hin verrutschen. Das ist ein hübsches Muster, das sieht schön aus. Eins Satz passt? Ja. Muss einen Block nach links und einen Block Richtung Chor. Denke ich mir. Damit es schön sitzt in der... Ja, ich muss hier noch die Steine hier unten wegmachen. Es heißt nur, damit man sieht, wie es aussieht. Ja, das ist hübsch. Da kannst du so... Hast du sogar zwei Steine in der Mitte, die du reinsetzen kannst. Du kannst noch einen zweiten Ring aus irgendwas Schönem machen. Mhm. Mhm. Ja, sieht gut aus. Minecraft-Mocha. Cool. 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 Das ist auch wieder eine Spitze. Ich... Ja. Ach, ja. Ach, ja. Wenn man erstmal so eine Grundform hat, ist es ziemlich viel Routine, wa? Ja. Das stimmt. Ja, dann weiß man, wie es geht, ne? Gehen die Säulen an der Seitenwand bis ganz oben? Nee, ne? Die gehen ja irgendwann rüber. Welche Säulen? An der Seite... Zwischen den Fenstern gehen ja auch Säulen nach oben. Ach, kein Erdklops, Mensch. So, jetzt. Vielleicht sollte man das lassen. Bau diese Verzierung zwischen den Fenstern gerade ein. Und hab mich gefragt, wie hoch ich die baue. Aber ich sehe... Noch einen. Einen, glaube ich. Ja, könnte sein. Bei drei und dann kommt der... Ja, jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's. Okay. Okay. Nun muss ich mich von da wieder hinunterarbeiten. Ja. wir brauchen doch aber dann gar keine verzierten zu sein wie sind die denn gebaut man sieht na gut dann habe ich ja mal falsch gebaut weil wieder ich habe keine von den verzierten dingern in der mitte genommen sondern normale ist aber grob fahrlässig hier ja aber sowas von konnte ich nicht machen das war ganz falsche fehler es gibt richtige fehler ja die sind ganz böse ich habe keine halbe mehr wie schade ich habe da unten springen ich bin schneller an der quille jetzt ist aber richtig hier und nun fehlen hier noch ich habe doch gerade gesehen dass du welche steine irgendwo hingepackt hast da muss man welche bauen ouch wo haben wir jetzt etwa noch natürlich nicht wozu auch ressourcenmangel kroatien scheint verlängerung zu sein genau wie bei was war heute schweiz gegen polen holen immer auch nach verlängerung und elfmeterschießen gewonnen die polen leider 6 zu 5 warste für die schweiz ja weil die haben halt auch besser gespielt aber immer wird ich würde dazu wünschen portugal rausfliegen würde ich kann diesen öl verschmierten lappigen ronaldo nicht leiden da könnte ich mit voller vonne draufschlagen ja der grinst immer ne da würde ich jetzt mit dem basi mal drauf klein und nicht den leiden wir haben auch festgestellt dass wir ihn nicht leiden können ja er kann das gar nicht verstehen die leute die nicht leiden können müssen einfach nur neidisch sein so hat er gesagt sagt er wenn er damals ein freistoß hat seine fünf schritte nach hinten geht und dann breitbeinig da steht habe ich jetzt meine eltern gesagt und jetzt auf dem platz stehen und einmal bimmelimmelim oh der arme ronaldo kann doch nix dafür dass er so ist wie er ist nix gucken wir auch eventuell kleine kinder die er hat ja was du jetzt wieder machst hier irgendwo waren doch noch diese zäune genau davon brauche ich jetzt mal ein paar massen ja 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 was machen an steinzäunen brauche ich habe ich mir gekrallt also ist richtig bestimmt ja du irgendwie nicht das sind eben gehabt auch mal bruchstein ein muster machen dein muster was du mir gezeigt hast ja das habe ich leider weg gemacht ich würde ich kann es dir sagen ja an einer seite zweien ja und von den zweien aus ist oben wie unten immer einen zur mitte hin also stimmt hat man nicht du hast immer ich hatte das hier macht ja ja weil ich natürlich da hinten bauen noch einen laufelputtig ich gucke mal es sah wie eine raute aus ja das hier sieht doch schon ganz richtig aus das hier dieses hier hatte ich nicht nur einen in der mitte gehabt nee 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 du hattest ich habe ja gesagt du kannst dann in der mitte sogar zwei mittlere legen und dann noch einen rand aus noch was anderem bauen so ist es denn jetzt in der mitte ja nicht überall das kommt aber daher dass wir hier hinten auch sieht aber müsste noch ein bisschen nach hier hin noch einen nach hier hin müsste es also hier habe ich zwei und hier habe ich auch zwei ja durch zwei guck mal hier ist hier ist und wieder habe ich auch zwei ja das ist richtig aber hier hin müsste es noch in diese richtung hier haste 123 und hier ist nur 12 es muss praktisch ein nach hier hin zu dieser wand hier hin gerutscht werden denn die mitte von dem ist hier ja aber irgendwo muss ich ja anfangen gerne und ich habe jetzt hier hinten angefangen ich kann ja nicht immer irgendwo mittendrin anfangen mach es wie du denkst aber es ist zu weit hier rüber gerutscht es sieht schöner aus wenn es weiter nach hier oben kommt oh stimmt also du findest dass ich hier oben anfangen soll eins weiter hoch ja na nicht mit der schaufel mit der schaufel christian auch kein stein weg also jetzt hier drum rum um diese form drum rum und dann ist es genau genau aber mit dem stein das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus warte ich habe hier noch so ne das sieht auch nicht schlecht aus also wie gesagt ja man hat so viele möglichkeiten so viele möglichkeiten das finde ich auch bloß wie machst du das dass das im nächsten dann auch mit dich kommt ja das geht nicht wer da also ich kann nicht alles das machst du jetzt fortlaufend ja ok na weil das geht halt einfach nicht wie soll wie soll das gehen das wäre der als schweres richtig oder ich darf halt keine raute machen ne aber die finde ich schön ne aber die finde ich schön ne aber die finde ich schön Vielen Dank.